Ich bin der Kaspar König. Ich bin der Initiator von der Slow Biking Contest und das handelt alles um Entschleunigung. Wenn ich immer um mich herum gucke, wird alles nur schneller und schneller und schneller und Slow Biking ist wirklich etwas, wo man entschleunigt, wo man langsamer wird, wo man wieder kurz über das Leben nachdenkt oder länger über das Leben nachdenkt, dabei trotzdem ein bisschen aktiv ist, schöne Musik dazu gehört und Preise gewinnen kann. Also wir belohnen die Leute, wenn sie langsamer werden und das ist unser Ziel. Finish, Start, es wird so einfach. 11 Meter, 60 Zentimeter. Eigentlich darf man nicht absteigen und man darf nicht über die Linie gehen, aber ansonsten sind die Preise wirklich in Greifweite. Also es ist so einfach, es ist so easy. Okay, now we are taking it really slowly, yes, look at that start, that's a go, more, it's better start, it's even, yes please. Wow, this is going to be a professional slow biker and not far from now, look at it, balance. Wir wollen eigentlich mit weniger, mehr erreichen Langsamkeit propagieren, schöne Töne, schöne schöne Ergebnisse oder schöne Erlebnisse erzeugen, die mit ganz wenig Mitteln, nämlich eigentlich Kreide und eine Stoppuhr und ein Fahrrad, gemacht werden. Und alles drumherum wird einfach schön eingekleidet und es wird immer mehr zu einem Gesellschaftswandel, hoffe ich. Ich habe auch schon bei der Begeimoper. Vielen Dank.